Ich hasse es, wenn ich meine Einsamkeit nicht aushalte. Dieses Rumgeheule passiert schon zu oft, inzwischen alle zwei Wochen. Was machen normale Menschen, wenn sie so traurig werden? Ich denke, sie wenden sich an ihre Freunde oder an ihre Familie. Das ist keine Option. Diese Wände, sie schreien mich an, sagen mir, dass ich nicht alleine sein kann. Schwarze Augen, so groß das Entsetzen, wenn sie mir die Augen zerfetzen. Aus den Augen, aus dem Sinn, die Zeit entrinnt. Die Tage werden dunkler, doch der Alltag beginnt. Ich atme unter Zwang, also bin ich sterblich. Doch von meinen Stimmen allmählich beerdigt. Zwei Gesichter, nur eine Zier, stets verstellt. Doch nun bin ich hier, die Fassade versteckt. Nur einer von vielen, die Wahrheit zerbricht. In Teilen von mir. Was hat die Gesellschaft enttäuscht sie oder macht sie so wütend? Mit einem Lächeln auf den Lippen, während Schweier in Heiterkeit ersticke. Im Moment der größten Ekstase, spüre ich eine Lösung und kein Versagen. Das Atmen fällt schwerer. Ich strecke Hände ringend nach dem Leben anderer. Vielleicht straft mich mein Denken. Gestrafte Existenz, es ist die Zeit zu vergessen. Zwei Gesichter, nur eine Zier, stets verstellt. Doch nun bin ich hier, die Fassade versteckt. Nur einer von vielen, die Wahrheit zerbricht. In Teilen von mir. Wie nehme ich eine Maske ab, wenn sie aufhört, eine Maske zu sein? Wenn sie so sehr ein Teil von mir ist, wie ich selbst.